Hey Leute und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einem weiteren Rezept. Heute soll es vegane Peanut Butter Burger Patties geben. Und ja, was ihr dafür braucht und wie das Ganze funktioniert, das erzähle ich euch gleich. Die genauen Zutatenangaben und auch die Nährwerte findet ihr natürlich wieder in der Beschreibung. Jetzt beginnen wir erstmal mit den Zutaten. Zum einen braucht ihr Quinoa. Ich habe jetzt das Dreierlei genommen. Sieht einfach gut aus. Denn Quinoa solltet ihr vorher schon mal kochen, denn der sollte kalt sein. Ihr könnt aber auch Reis benutzen. Dann braucht ihr unbedingt weiße Bohnen, etwas Erdnussmus, Zirid, um das Ganze etwas salziger zu machen. Hier greifen wir allerdings nur auf einen Teelöffel zurück. Ihr könnt es sogar noch ein bisschen weniger machen. Wenn ihr wenig ein paar Trockenfrüchte untermischen möchtet, ich greife hier auf Cranberries zurück, weil ich einfach diesen süßsäuerlichen Geschmack in diesen Burger Patties mega feiere. Aber ja, ihr könnt auch Gejuht-Ratteln oder so nutzen. Dann würde ich eventuell Exilid aber weglassen, die schon ziemlich süß sind. Außerdem braucht ihr noch Sojasauce und natürlich die Gewürze, die ihr möchtet. Ich habe jetzt nur Pfeffer, Salz und Knoblauch genommen. Ich würde euch empfehlen, noch etwas Kumin reinzumachen. Das wirkt den Blähungen entgegen, die Bohnen mit sich bringen. Zunächst nehmen wir uns dann einfach mal die weißen Bohnen, unseren Knoblauch, die Gewürze, Sojasauce und das Xylit und geben es in einen Mixer, in meinem Falle in einen Thermomix. Ihr kriegt es aber sicher auch mit einem Pürierstab zu einer guten Masse gemischt. Und wenn das ein gutes Bohnenmus geworden ist und ihr wirklich kaum mehr Stücke darin habt, könnt ihr das in eine Extraschüssel umfüllen und hier dann den Quinoa, die Cranberries und das Erdnussmus hinzugeben und unterrühren. Ihr könnt hier natürlich alles auch nochmal abschmecken, um zu gucken, ist es zu salzig, ist es zu süß. Fehlt noch etwas an Curry, Chili, whatever. Anschließend stellt ihr das Ganze dann kurz kalt. 15 Minuten sollten hier reichen. Und ja, heizt euren Ofen schon mal auf 200 Grad Umluft vor. Dann kommt die Masse aus dem Kühlschrank auf ein Backblech, welches ihr vorher mit Backpapier auslegt. Und ihr formt eure Patties einfach vor. Nun können eure fertig geformten Patties in den Ofen hinein, dort 15 bis 20 Minuten lang backen. So habt ihr den Fettgehalt auch relativ niedrig gehalten, je nachdem wie viel Erdnussmus ihr hier nutzt. Und bekommt super leckere, vegane Peanut Butter Burger hinaus, die wirklich gut Protein auch haben. Ich bin mal gespannt, wer von euch die ausprobieren wird. Wenn ja, verlinkt mich gerne. Und schreibt doch gerne auch in die Kommentare, wie ihr dieses Rezept fandet, was ihr euch in nächster Zeit noch mehr wünscht. Und ja, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.